Hallo meine lieben Freunde. Wir spielen SCKP. Okay, wir sind im 0. Stock. Und wir spielen den Treppensimulator, den ihr wahrscheinlich schon kennt aus Gronkh. Wir sind im 1. Stock. Und es passiert noch nichts. Noch nichts. Ja, ich kenne das auch nicht, was da so passiert. Ich habe bloß gehört, es wird immer schlimmer. Ja, dass die Musik irgendwie so richtig und das irgendwann vielleicht zum Monster kommt. Natürlich ist es nicht gruselig, wenn zwei miteinander reden, aber wenn man es selbst spielt, das ist, das, das ist sogar so schlimm, dass man fast selbst nicht mehr weitermachen kann. Okay, deswegen bist du bei mir. Ich glaube, wir hören schon Geräusche. Wirst du auch leise atmen, oder? Ja, und vielleicht könnt ihr den Hintergrund sehen, oder er sieht bloß meine Maus. Wir sind jetzt schon im, keine Ahnung wievielten, im dritten. Es gibt dann auch noch den anderen, im fünften Stock. Jetzt springen wir einfach, wo, es war jetzt das. Vielleicht können wir so runterjumpen. Ich habe mir gedacht, die ich jump jetzt hier so runter, dass wir gleich zum Finale kommen, wo ich habe eine Abkürzung gefunden. Eigentlich verrät der Name des Spiels schon, wann es losgeht. Ich weiß jetzt, wie wir abkürzen. Ja, geil. Wir, wir, wir jumpen hier einfach nur so immer rüber. Und ja, wir, äh... Der, der Name sagt eigentlich schon, wann der Schreck passiert. Ah, hoffentlich nicht. Zumindest was bei Kronk so. Bei Kronk hast du, du weißt bestimmt schon, was passiert. Boah, okay. Bei jedem passiert irgendwie was anderes. Obst hätte jeder eine andere Version. Ja, genau. Wir sind auf dem elften Stock. Oh je. Ich höre langsam das Atmen. Boah. Okay, ich habe mir gerade eingebildet, dass da irgendwer steht. Da, ach, das war ich. Das ist die schnell ins Spiel reingeheckt. Ich glaube, ich höre... Okay, das war jetzt halt nicht gut. Ich bin gespannt, was das für ein Monster ist. Ja, und ich versuche meine Maus zu richten. Gut, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen cheaterhaft, dass wir mal ein bisschen schneller vorankommen. Das ist echt cool. Und jetzt... Und jetzt... Vielleicht seht ihr das nicht, aber ich... Das sind gewisse. Ja, meine Maus, die ist nicht mit dem Spiel verbunden. Und jetzt... Ja, wir sind im achtzenten Stock. Und ich muss mich mal ab und zu wieder drehen, weil sonst... Ähm... Jetzt mal nimmt man aus, wieder aus dem Bildschirm. Entschuldigung, dass ich so laut schnaufe. Ich höre gar nichts, aber egal. Na, verstehst du den Witz nicht? Ach so. Aber ich glaube, ich höre jetzt schon Mucke. Okay. Es gibt auch noch dieses andere SCKP. Das ist noch schlimmer. Da musst du anscheinend... Irgendwo rumrennen und dann verlierst du den Funkkontakt und dann... Ja... Durch das Gelände geht nicht? Nein, und die Musik wird... Schauriger. Geht das mit Pfeiltasten? Okay, ich... Okay, das geht nur mit Maus. Hm. Okay. Wir sind auf den... Wow. Ja, okay, ich drehe mich mal wieder. Und jetzt... Cheaten wir mal wieder ein bisschen. Wir cheaten uns am Monster vorbei. Genau, das machen wir. Wenn das gehen würde. 28 sind wir schon. Vielleicht haue ich hier noch so ein... Wie soll ich sagen? Ein Zeitraffer rein. Ein Zeitraffer wäre echt nicht schlecht. Das wäre echt nicht schlecht. Hm. Okay, und... Hörst du die Musik? Woher hast du das eigentlich? Einfach gedownloadet. Einfach SCKP und dann kam es glaube ich schon auf... Auf... Wie soll ich sagen? Ich verstehe. Auf... 31. Stuck. Ja. Ich will nicht, dass meine Maus sich irgendwo... Festsetzt. Okay, jetzt... Piep rum. Ja. Ich spüre es. Es kommt gleich. Aha. Wer? Das Monster? Okay, die... Die Zahlen... Oh, ich bin... Manuel. Hä? Geh die nächsten 5 Stufen ruhig runter. Ohne was zu sagen. Warte. Okay. Okay. das war ich irgendwie ein bisschen gefasst ich verstehe nicht warum ich nichts mehr sehen sie sind immer dunkler kommt mir das nur so vor oder wird es immer dunkler du bist immer leise der stkp je tiefer wir gehen desto das war das jetzt ja du musst wieder lauter riechen man versteht dich wieder kaum ok wir haben die hälfte keine ahnung wie weit geht es geht es so bis unendlich oder so welchen stadt bist du 42 du hast nach warte das spiel ist ja zwei stöcken hast eigentlich schon die hälfte erreicht ich habe gerade ein poltern gehört ok und die musik wird auch immer leise oder lauter ja das ist so aufregend und nächstes mal spielt der flo das oder wir machen so elementary kann der flo spielen und aufnehmen und er schickt mir dann und ich lad es dann ja ich habe gerade etwas lustiges im fernsehen gesehen ok merkst du auch nicht dass die musik immer lauter wird ja das macht einen krank nein das macht einen krank das macht einen krank ja ich jetzt sagen wir cheaten mal wieder ja ihr wird euch bestimmt fragen warum ich meine da steht so Ortslenderman was 49 könnte noch ein bisschen dauern weil ich am liebsten ich will da einfach nur und dass dann gar nichts passiert das wäre mir am liebsten uah scheiße habt ihr das gesehen was sitzt warte was der war ein schatten scheiße was glaubst du was glaubst du wie weit du gekommen wärst ohne mich ich hätte das spiel nicht mehr angefangen boah das war genau bei 50 ja wieso bist du nicht so im schatten stehen geblieben hast du es gesehen hast du es gesehen ja ich bin leichter schocken wie diese schatten kamen hast du es auch gesehen flo ja den schatten hast du den gesehen wow da war schon wieder man oh übrigens es läuft gerade was ganz tolles im fernsehen indiana jones oder wie nein es ist sage und schreibe scary movie 4 der läuft ja ich finde dass der dass der eigentlich immer nur scary movie 4 oder den eins oder den anderen die bringen es nie die welt eigentlich ist der vierer ich finde dass der vierer nicht so gut ist ja wir haben doch mal uns krieg der welten angeschaut das ist eigentlich die parodie dazu wo er ist wer gestern auf jeden fall bin ich da schon ziemlich weit und ich bin im sechzigsten fast nach zwei stöcke siehst du schon zu vielleicht machen wir zu so wie krank hier so wir machen jetzt so ihr könnt euch jetzt auch wundern wir machen jetzt voll nach wir gehen weiter einfach ganz ruhig weiter wir sind jetzt im sechzigsten stock und jetzt wird gecheatet oder auch nicht so ich cheat jetzt mich einfach so auf monster vorbei die musik ist jetzt glaub ich schon so laut dass ähm lauter gar nicht mehr geht ja wir sind jetzt im vierundsechzigsten stock ja Gronkh hat ja ähm dazu dass ähm dieses dass seine stimme der hat die ähm voll sensibel eingestellt dass äh dass du jedes eigentlich jeden kleinen mucks hörst was um dich herum ist okay es wird immer wir sind im sechzigsten stock das bedeutet es ist nicht mehr weit ja also ich glaub jetzt passiert ja gar nichts mehr Gottverdammt ich kann nicht ernst sein wenn so ein scheiße fernsehen läuft okay jetzt geht's ja und ich höre jetzt halt die musik wird immer lauter und uah uah du dreckst uah 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 also der schatten ist das schlimmste was eigentlich ich kippt jetzt sehe ich wieder gar nichts jetzt dre ich mich um das ist wieder meine maus vielleicht sieht der meine maus ich weiß es ja nicht wir können wir ja ein longplay machen und irgendwer pollt ist was wirklich brutal wär boah irgendwie verschwimmt jetzt auf einmal das bild manu weißt du was wirklich brutal wär das würde das spiel wirklich grausam machen ja und da war schon wieder ein ein schatten stell stell mal vor ab den dreißigsten stock verfolgt dich was ja das wäre brutal ja dann gehen wir mal weiter und du siehst schon zu oder ja okay 72 ist der stock es kommt jetzt immer öfter dieser komische schatten echt ich habe ihn jetzt wohl kein einziges mal gefehlen ja wir sind im 73sten stock und ja ja und der flo verzählt uns jetzt mal was tolles welchen stock bist du ich bin im 57sten oder da stehts ja 57 nein 75sten stock was laber ich mal die musik ist jetzt glaube ich auf ist jetzt am lautsten okay 76sten stock ja es ist nicht mehr zu bremsen was denn ich schwörs ja ich liebe es ich liebe es es ist echt etwas garantiert mit der steuerung weil sonst könntest du ja nicht mit sehen okay der achtzigste stock ist nicht mehr weit sag mal wie sieht denn dieser schatten aus den du gesehen hast ja es ist einfach so ein schatten der vor dir herum flimmert ja ja meine freisse ihr werdet bestimmt denken warum bleibt er da und stehen und irgendwer atmet hier so ganz komisch wir sind im achtzigsten was im achtzigsten ja oh mein gott scheiße oh wie weit liegt das noch boah irgendwie verschwindet jetzt das ganze bild okay okay jetzt müssen wir im achtzigsten sein achtzigsten achtzigsten genau 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 jetzt leckt's bei dir ja okay wir sind im 83sten oh da war schon wieder einer ein 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 schatten wir sind im vierundachtzigsten stock warte bleiben wir kurz stehen ich sehe nichts warte bleiben wir kurz stehen ja wir sind im vierundachtzigsten stock ich habe gemeint das hört jetzt bald mehr auf es wird oh mein gott ich glaube diese Geräusche werden immer schlimmer okay jetzt wird es wieder ganz verschwommen ja jetzt doch nicht und jetzt taucht das Lendermann auf ja ja du darfst jetzt auch nicht noch so mitmachen ja Floh wann wenn du das Ende eh schon weißt wann hörst du noch auf ja du darfst jetzt auch nicht noch so mitmachen ich weiß jetzt gar nicht mehr was dein was dein atmen ist und was sein atmen ist und was das spiel macht und was mein atmen ist okay ich glaube wir werden immer schneller wow wow hast du es gesehen der schatten ja okay was für ein bild der von uns machen echt und jetzt jetzt sind wir im einundneunzigsten bei 100 hört es auf oder wie oder was ich weiß es doch auch nicht ich kenne das ähm ja ähm wird es mich jetzt viel verarschen oder wie oder oh warum wird das auf einmal so schnell äh ich glaube wir sind wir wir krabbeln jetzt schon auf den Knien merke ich okay okay goethe oh goethe da ist was siehst du es was ist da ja das gesicht mein gott ein gesicht GDL wir haben es ist keine Ahnung bis zum 99 ich sag jetzt mal es war der 98 Stock das Spiel ist egal und jetzt kommt auf einmal so ein Flattermann daher und machte sie als ich fand diese Schatten gruseliger als dieses komische wie ich ja und dann hat auf einmal das 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 Spiel aufgehört Spiel weg und wir können anscheinend du kannst anscheinend nur runter gehen und zurück kannst du nicht mehr gehen merke ich gerade naja war ich ganz das war das war stkp der Treppensimulator für euch ich hätte sagen hier ist ein toller 0 und ja bis zum nächsten mal